Hallo Daniel Kalauch! Hallo Willibald! Du siehst glänzend aus! Hey, danke! Ja, du schwitzt! Willibald! Ja, ich bin so aufgeregt! Ich bin total verspannt! Du meinst gespannt? Ja, von mir aus auch gespannt, weil jetzt geht's los! Die Schule! Genau so ist es! Ich freu mich so! Ich freu mich so! Du kommst in die Schule! Ich? Da verwechselst du was! Gar nicht! Doch! Gar nicht! Hey Willibald, du kommst in die Schule! Hab ich jemals was anderes behauptet? Aber du kommst mit! Ja, das stimmt! Ich komm mit zu deinem Schulstart! Aber vorher feiern wir natürlich noch einen schönen, wunderbaren Schulstartgottesdienst, oder? Mhm! Und dazu laden wir euch herzlich ein! Feiert mit uns einen wunderbaren Gottesdienst, damit der Schulstart richtig toll wird! Genau! Hip-Hop, Schule ist top! Ja, ich glaub's auch bald! Infos und Gottesdienstentwürfe unter schulstartgottesdienst.de unforgettable! Bis zum nächsten Mal!